Willkommen zurück zu Final Fantasy 3. Wir waren hier zuletzt über dem See, über einem mysteriösen Ungeheuer. Und ich finde es gut, dass Ark immer noch ein Beschwörer ist, den würde ich da so gerne lassen. Allerdings frage ich mich, hat ich denen denn alles so gegeben, was der lernen kann an Monstern? Ich glaube, da müssen wir mit dem anderen Schiff nochmal die anderen Beschwörungsgeschichtchen holen. Im Moment kann er ja nicht viel. Was kann der denn im Moment? Der kann... Ne, 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 das ist alles Weißmagier-Kram. Äh. Äh. Ne, das war dann schon richtig hier. Lernen. Ne, das sind die Sachen, die er nicht lernen kann. Oder kann er? Kann er trotzdem schwarzmagische Sachen? Wenn ich ihm die jetzt gebe. Kann er das dann? Ich weiß es gar nicht, was der Gute so kann. Hier. Mors, Frosch. Keine Ahnung, was der kann. Ja. Viel kann er wahrscheinlich nicht. Am besten lasse ich das jetzt mal alles so, wie es ist, glaube ich. Ja. Dann habe ich mich natürlich erkundigt, weil ich mich gefragt habe, wie wir hier weiterkommen können. Wisst ihr ja, ob das nicht kapiert. Und das ist so, man benutzt hier einfach jetzt wieder sein Faltkanu. Ein faltbares Kanu, mit dem man untiefen überquert. Und da gehen wir jetzt mit runter. Was natürlich nicht geht. Mit benutzen aber. Geht das damit, wenn ich jetzt hier so, äh, taucht das dann auf? Wir sind ja jetzt direkt über dem See. Wenn das so nicht geht, dann vielleicht anders. Moment. Hm. Bin ich schon ganz unten? Müsste ja eigentlich weiß angezeigt werden, sonst kann ich es ja nicht nehmen. Dö, 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 dö. Na? Bist du hier irgendwo? Bukanu? Hm. Wie kriege ich dich denn jetzt mal benutzt? Wenn ich das jetzt hier mache, wenn ich das hier direkt im Schiff benutze, quasi unter Wichtiges, auch dann nicht. Wie benutze ich das Kanu denn dann? Wann soll das Kanu benutzen? Aber wie und wo? Es ist ja auch eigentlich nur so für seichte Geschichten. Moment mal, lass mich mal nochmal auf die Karte schauen. Vielleicht ist das hier über... Gibt es denn hier einen Fluss? Aber dann komme ich doch nicht rüber. Dann paddel ich hier, 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 hier rum. Wenn ich so hier über dem Wasser bin, geht das dann? Nee. Das ist doch merkwürdig. Hm. Und ich will immer so nach unten das machen, aber es geht nicht. So, schneller meine ich, damit ich nicht immer diese ganzen Sachen hier angucken muss. Äh, es sind die ganzen Ausrüstunggegenstände. Da ist das nicht bei. Nee. Was macht man denn dann? Mach ich denn dann? Hm. Geh mal rüber. Und dann direkt hier drinnen. Ja. Manno. Ihm. Benutzt das jetzt und kann eher irgendwie... Nee. Dass man jemanden auswählt und der nimmt das dann. Das geht auch nicht. Bin zu doof. Bin zu doof. Ich versuch das nochmal hier über dem Wasser. Vielleicht hat das ja damit was zu tun, aber hier geht das ja auch nicht. Bin doch nicht verrückt. Ich will da jetzt hin. Wir wollten das letzte Mal da schon hin. Ich will da hin. Und vor allem muss man ja hier... Man könnte natürlich auch einfach mit dem anderen Schiff tauchen und hier unten durch bei ihm dann raustauchen. Ich gucke mal, ob das da ran liegt. Vielleicht müssen wir mit dem Kanu auch woanders hin. Ich schaue mal eben nach. Bis gleich. Da hätte ich ja auch selber drauf kommen können, dass ich jetzt hier mein Schiff parken kann. Ich habe jetzt hier nochmal ein bisschen rumprobiert gehabt. Und ja, da ist auch das Kanu, sobald ich automatisch mit Lunas da so reingehe. Also man muss halt nur hier bei dem grünen Eck. Und dann kann man auch aus dem Schiff raussteigen. Dann paddeln wir mal hin zu dem Monster endlich. Doasee. Oha. Was ist denn hier los? Oh, Kisten. Einmal haben wir eine Phönixfeder. Sehr gut. Und einmal Himmelszorn. Auch gut. Und noch mehr. Irde, eine Trommel. Und Arktiswind. Das sind alles so Items, die man dagegen schmettern kann gegen das Vieh. Oh, und noch mehr Sachen. Haiportion. Haiportion. Angriff. Mit irgendwelchen Krabbenviechern. Der ist schon mal weg. Der ist auch weg. Keine Krabbe mehr da. So. Haiportion. Lass mich raten. Elixier. Na gut. Was anderes. Hier geht's runter. Ich hoffe, ich übersehe mal wieder nichts. Hier wieder nach unten. Weiß Moschus. Angriff. Hier wieder so eine Quabble Bubbles. Ach, das war ja super. Gut gemacht, Luneth. Die sind ja nicht ganz so stark, die Monster. Das geht ja noch. Dann hoffe ich mal, dass das, was am Ende auf uns wartet, auch nicht so stark ist. Hier geht's runter. Da will ich noch nicht lang. Da gehe ich nochmal oben lang. Genau. Aegisschild. Platinumhammer. Batusstrank. Was ist das denn? Ach Mensch. Hört auf, mich anzugreifen, wenn ich mir die Kisten angucke. Schon wieder diese Krabben. Joach, E4. 9400. Mach das gleich mal. Spar dir mal deine Kräfte. Zack. Hat er mich angegriffen. Alles klar. Ark sieht irgendwie ganz süß aus als Beschwörer, finde ich. Also, gut, er sieht immer ein bisschen mädchenhaft aus. Aber Krötenpanzer. Wie, was, wer, wo? Was kriege ich denn hier jetzt für tolle Sachen? Also, 83 ist hier die Abwehr. Äh, ich glaube, das können wir nicht so toll... Ne, ach, Quatsch. 38, insgesamt 83. 38 muss schon besser sein, haben wir nicht. Äh. Ja, ich denke, das geht nicht besser. Das ist schon richtig gut so, wie es ist. Äh, was haben wir? 30. 15. Ja, ne, das kann auch so bleiben. Ist bei dir irgendwas besser dabei? Abwehr 21. Hier haben wir Abwehr 40. Das ist ja schon drinne. Okay. Was besseres als der Defendor vielleicht? 95 Angriff? Nö. Ach, hier ist das Eges-Schild. Könnte man machen, will ich aber nicht. Was ist mit dir? 30. Mhm. Mhm. Mal wieder nicht so viel Auswahl hier bei dir. Gut. Nö, dann, 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 dann. Lassen wir das so. Dann gehen wir wieder. Zur Treppe. Mal gucken, was da kommt. Los, jetzt. Ich hab keine Lust, hier nochmal zu kämpfen. Pro, pro Ecke hier einmal kämpfen reicht. Zweimal ist schon genug. Und, was sind das denn hier für Viecher? Was kannst du eigentlich jetzt hier? Du kannst den Kuair mal beschwören. Ich will den Kuair aber nicht beschwören. Aber, guck mal, hier sind die doch auch jetzt wieder grau. Das irritiert mich immer so. Also, die Schrift ist weiß. Aber die Bobbels, die sehen auch so grau aus. Naja, darauf darf man nicht achten. Er kann halt nur die Dinger hier beschwören. Und er kann sich verteidigen. Oder du gibst einfach mal eine High-Portion an Moness. Ja, oder wir töten sie gleich mit einem Schlag. So geht's natürlich auch. Pee. Hat sich erledigt. Ach nee, ich kann mir auch von hier. So geht's hier lang. Kisten. Schwarzes Loch. Klingt nicht so. Einladen. Platinum Hammer. Reflektpanzer. Ja, wenn du zuerst machst, ist es immer schlecht. Dann haben die schon wieder Zeit anzugreifen. Der ist schon mal weg. Ich hoffe, die nächsten jetzt auch. Nö. Nö. Die wollen noch bleiben. Oh, der macht mich ja hier zu Stein. Das Schwein. Ah. Was mach ich denn mal? Gib Stein auf. Der Gute, der soll ja nicht versteinert sein. Wieder einer weg. So, jetzt mach den auch platt und dann ist gut. Na also. Was leben die denn noch? So, wieder eine Stufe gestiegen. Das ist immer sehr schön. Was ist jetzt hier noch an? Die letzte Kiste. Was ist da? Noch so ein schwarz-moschus-riechendes... Das ändert mich immer an eklige Parfüms. Wie ich das lese. Hier ist ja ein großes Gebiet. Das heißt, wir werden öfters angegriffen. Heißt aber auch immer, ergo für dieses Lexikon, was wir da an Bord haben, dass wir da ja eigentlich immer auch so ein bisschen Gewinn mitmachen, wenn wir so verschiedene Monstern begegnen. Weil am Ende hat man ja vielleicht tatsächlich irgendwie alle mal gehabt oder so. Aber ich befürchte, dass wir jetzt schon halt einige nicht hatten. Man hat ja immer diese Fragezeichen gesehen von den Gebieten. Ah, naja. Töte die mal. Schnell. Gut. Ich will das eigentlich in diesem Part noch schaffen, das Monster. Ich will jetzt eigentlich nicht so lange hier oben irren. Ah. Rabenfeder. Lilithkus. Jetzt muss ich noch mal gucken, was ist denn eine Rabenfeder? Hier ist die Erde. Ne, toll. Löst ein Erdbeben aus. Belegt das hier mit einem schützenden Spruch. Das macht der Krötenpanzer. Absorbiert. Hier ist die Rabenfeder. Löst einen Wirbelsturm aus. Da wir ja ein paar Sachen schon haben, können wir im nächsten Kampf auch mal was wieder einsetzen davon, finde ich so. Nur mal zu gucken, wie cool die Sachen sind. Hoffentlich laufe ich jetzt nicht zurück. Ne, tue ich nicht. Es sah nur so aus, als wäre da was. So. War ja klar, war ja klar. Ein Hinterhalt. Ja, jetzt noch schnell, kurz bevor wir in den richtigen Kampf gehen. Immer noch mal schön so ein bisschen HP abziehen. Ja, immer auch noch auf demselben. Das habt ihr jetzt davon. Von wegen. Hättet ihr wohl gerne. Er lebt ja immer noch. Ach, macht den doch mal jemand fertig. Genau. Gibt's ja wohl nicht. Was ist die immer so davon kommen noch? Deren Stunden sind doch sowieso schon gezählt. Warte, bevor ich da jetzt reingehe, will ich noch mal heilen, bitte. Und zwar alle. So, das ist doch gut. Jetzt geht's allen wieder, Supi. Oh, was haben wir denn hier? Ich bin Leviathan, nur die, in denen das Licht stark ist, können auf meine Hilfe hoffen. Lasst mich das Licht in euch überprüfen. Leviathan greift dich an. Wir haben Leviathan vor uns. Wieder ein Monster, was wir in unserem Besitz bekommen könnten. So, wir beschwören das erste Mal Shiva. Premiere. Das war ja nicht so viel Schaden. Das muss noch besser werden. Wow. Okay. Sehr gut. 324 ist nicht viel Schaden. Aber er macht mich zu Stein. Das ist nicht schön. Oh, 1600 ist viel. So, du musst den eigentlich mal, äh, bitte, ähm, eine Goldnadel rausholen aus der Sache. Brotis, okay. Nicht, bitte, nicht, nicht so, nicht den Großen, bitte. Kannst du jetzt deine Goldnadel endlich mal machen, bevor der mein... Ja, danke. Nicht, dass der noch irgendwas macht und dann zersplittert der hier oder so. Mach mal Opferung, mach mal Rache, äh, mach du mal ein Hype-Dings auf Frevia. Und du auch auf dich selbst. Zweimal heilen, zweimal Angriff. Tsunami. Hilfe. Oh, 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 oh. Einer ist schon tot. Aber er opfert. High Portion. Ja, sehr gut. Immer schön heilen, heilen, heilen. Wir hätten mal einen Heiler bei uns in der Gruppe haben sollen. Das war gar nicht so eine tolle Idee gerade. Belebt mal, Rhevia. Oh, nein. Nein, nein, das könnte ins Auge gehen. Oh, oh, das kann ins Auge gehen jetzt. Oh, 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 oh. Und einer, oh, oh. Und er ist aus Stein, Lune. Das war keine schöne Sache. Das werde ich jetzt nochmal machen müssen, aber ohne den Beschwörer. Wir brauchen, wie ich sehe, dringend einen Heiler. Weiß nicht, wie man es eigentlich besser machen könnte. Eigentlich sind die ganz gut so, wie sie sind. Ne, wir brauchen eigentlich nur unseren Ark als Weißmagier, damit er die schützen kann. So mit Protus und so. Das mache ich jetzt nochmal. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und es geht wieder los in eine neue Runde. Und ich hoffe, ich schaffe es. Aber es ist wirklich nicht einfach mit ihm hier. Der Leviathan hat es in sich. Ich habe, wie man sieht, Ark und Ingos nach hinten gestellt. Und Ingos ist bei mir jetzt gerade eher ein Defensiv-Typ. Und mal gucken, ob das so hinhaut, wie ich mir das denke. Da setze ich nämlich jetzt so Blitzkram-Sachen ein. Das mache ich jetzt einfach mal. Und ich weiß nicht, was hier das Beste wäre, aber ich benutze einfach mal Protus. So, jetzt ist noch Ingos dran. Und mal gucken, wie es dann aussieht. Der ist schon wieder versteinert. Der Ingos, der hat jetzt auch Ausrüstung von mir bekommen. Das möglich... Oh, das sieht gut aus. 2550 ist jetzt auch nicht so Bombe. Aber naja, gut. Wenn ihr denn meint. So, Defensiv heißt, du darfst den jetzt mal wieder entsteinern hier. Den Duneth. Und ich weiß nicht, was ich hier am besten machen kann. Wir haben kein Shell, also wir können seine Zauber nicht zurück. Ich weiß, dass er blitzanfällig ist. Analysieren brauche ich ihn also nicht. Dann mache ich mal heilen. Heilen ist einfach wichtig. Ach, das kann ich jetzt gerade nicht auf Blune. Das ist natürlich auch wieder klasse. Dann machst du bitte noch mal Protus. Und zwar auf... Refia. Am Anfang Schutz zu haben, ist schon mal gut. Besser als vorher. Hat das Protus jetzt eigentlich irgendwas gebracht? Keine Ahnung. Das macht der Arsch auch noch Hass. Ist auch schön. Benutzt man eine Hai-Portion? Genau, die brauchen wir nämlich jetzt. Und, ähm... Und Protus bitte auch auf Luneth. Oh, ich bin dran. Jetzt macht er so schnell seine Zauber. Und jetzt mache ich gerade Protus und nicht Vita oder so. Oh, wenn er jetzt seinen scheiß Tsunami macht, dann bin ich schon wieder dran. Der ist so schnell. Unglaublich. Mein Gott. Leute, nehmt bloß was. Nehmt bitte, was ihr könnt. Mach du mal... Rache. Du machst mal ne... Na, was machst du am besten mal? Nimm mal was. Nimm mal was für den Fall der Fälle jetzt. Äh... Ja. Und du auch. Der macht nämlich 100% jetzt seinen Tsunami. Ja, sag ich doch. Boah, das ist unglaublich. Anscheinend sind meine Leute einfach noch nicht gut genug. Ich glaube, das wird nix. Das schaffe ich nicht. Das ist... Das schaffe ich nicht. Ich glaube, das überlebt nur Ark. Mensch, ja. Es überlebt nur Ark und jetzt steht er da. Das war mir klar, dass das passiert. Ähm... Ich kann es ja nochmal in Himmelszorn benutzen, so. Gucken, was passiert. Hallo, ich bin dran. Oh, das war jetzt gemein. Er hat zwar hasst, aber das... Der ist ja schon... Ja, komm. Wenn er jetzt nicht stirbt, dann war es das mit dieser Runde wieder. Und er hat es nicht geschafft. Das kannst du vergessen, Ark. Vergiss es. Oh, der hält aber gut durch. Die nächste Runde schafft er vielleicht auch noch. Oh, schön. Na? Ich meine, wenn wir so durchkommen, so können wir ihn auch platt machen. Haben wir noch einen? So ein Ding? Ich weiß es gar nicht. Sonst machen wir mal so einen oder so einen. Machen wir mal so einen. Hallo. Ich bin dran. Ja, komm. Aggressives, blödes Monster. Ich mag dich nicht mehr. Tschüss. Äh, ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gut genug. Was mach ich denn da mal? Ich guck mal, wie man das noch verbessern kann. Also, das Vieh ist auf jeden Fall... Der Leviathan ist auf jeden Fall ein völlig gegen Blitz. Ähm... Zu Stein geworden sind sie diesmal so gut wie kaum. Das war schon mal eine gute Idee, dass ich die gut ausgerüstet hab. Aber irgendwie sind die vom Level einfach noch nicht stark genug. Hätte ich nicht gedacht. Und das Blöde ist, dass ich hier immer wieder, immer wieder, jedes Mal, wenn ich sterbe, muss ich diese olle Höhle nochmal machen. Wir sehen uns im nächsten Part von Final Fantasy 3. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann! Vielen Dank.